Das war knapp, sagte Miro und herzlich willkommen zurück. Jetzt bin ich Madina und ich hoffe mal, dass wir jetzt mal nicht so scheiße spielen wie die letzte. Ja, Miro, genau. Ihr habt keinerlei Erfahrung. Ich bin auch gar nicht in Kinderstüften. Ich habe mich gerade erst nur eingespielt mit Einpouncen und so und jetzt darf ich wieder abknallen. Bin ich irgendwie gar nicht eingewöhnt. Alter, wieso konnte ich denn da nicht sich anpouncen? Was macht ihr da? Was ist mit dem? Alter, scheiße. Was ist das denn für ein Rexi? So, ich komme jetzt auch mal. Ich muss die alte da rausholen. Ach, snipert da wieder einer? Ja, der buckt sich da in die Ecke und snipert. Deswegen, ich spucke den jetzt da raus. Gott. Dieser Rex. Ich würde ja gerne Rex spielen, aber da ist schon ein Rex. Ja, Rex ist schon so eine Sache. Ich habe gerade so allein einen Rex. Jetzt kam die Katana auf mich. Jetzt kommt das Spiel zurück. Ja, jetzt bist du dran. Ich würde kriegen, dass du das bist. Deswegen spiele ich ja auf jeden Fall noch eine Runde im Manageddon. Das ist ja das ins Unfall so. Ach, ich bin Dino. Ach, jetzt gehe ich raus. Ach, jetzt gehe ich nicht mehr aktiv ins Spielgeschehen. So, Camper ab, beseitigt. Scheint doch zehn Leute zu sein. Oh Gott. Ich wollte auch noch zurück. Ich bin auch noch ein armer Mensch. Da guckst du es mal Papa. Lass mich nicht anpeilen. Forget it. Puh. Was will ich damit machen, Hörla? Da rein oder wie? Aber Endeffekt zählen die Punkte, die das Team macht. Ja, muss man sich ja nicht merken, welche Punkte das andere Team vorher gemacht hat. Der hat einen eingeklaut. Oh Gott, im Himmel. Oh, ich hatte gar keine... Oh, ich habe gedacht, ich hätte das wenigstens nachgeladen gehabt, aber... Ich sage es, Alter. Oh, ich habe gewonnen. Ich bin ja eh schon so gut wie auf nur hin. Hey, ich verliere sehr viel Leben, wenn du schon nur bombst. Ja. Ich bin ein Kryo, also ein Kryo ist das schwer wie eine Sau. Hält nicht viel aus. Ist er wirklich ein Camperkiller? Hier rennen die alle da hinten hin? Oh, jetzt mache ich eine Town. Kann ich da durchspucken? Ey, ich kann da durchspucken! Wie geil ist das denn? Kannst du mal schreien? Oh, jo. Haltet den Menschen auf! Weiß nicht, welchen du beißt. Ich habe hier auch... Okay, der netzt mich und tötet mich nicht. Gut. Läuft auch bei ihm. Sitzig! Oh. Danke, Raffi. Wieso ist Raffi jetzt auf einmal bei uns im Team? Das ist doch neu geladen worden, das ist jetzt Zufallsgenau jetzt. Das sind Teams, Teams gemischt. Aber eigentlich sowieso nicht verkehrt. Sonst hat man immer das Problem, dass wir die guten in einem Team sind und die weniger gut in dem anderen. Ich kann euch anspucken, da drin. So. Die schießen da drin schon wieder auf die anderen. Das kotzt mich an. Hast du ein Problem mit mir, oder wie? Wie sieht's hier eigentlich mit Capture Second Double Shot aus? Weiß ich nicht, war nicht das als Regel? Weiß ich nicht. Weil hier eben der Little Gaming-Dine läuft nämlich mit der Double Shot rum. Ich guck mal. Ich hoffe, ich habe das nicht umgebracht, aber ich gucke. Nee, die ist eigentlich nicht erlaubt. Ich habe die nicht drin. Oh. Ja, du bombst die ganze Zeit, das hasse ich nicht. Du bombst mich durch die. Ich habe jetzt gerade das erste Mal. Da will ich dich sehen. Bombst du mich die ganze Zeit? Ja, dann bist du gerade zufällig immer derjenige, bei dem ich bombe. Ja, du hast du bombst, der immer mehr im Weg läuft. Genau. Oh, ich spiele gleich gar nicht mehr, weil ich nicht mehr spiele da. Du bombst die ganze Zeit, das ist gemein. Ich bombst die ganze Zeit, genau. Bei mir bombst du die ganze Zeit, aber ich, wenn ich laufe, bombst du mich. Ja, das ist ja was anderes, weil ich dann, weil du genau dann da bist, wo ich gerade dann das Bomben mache. Du willst mir jetzt erzählen, wo ich hier reingelaufen bin und die Bombe, die du auf mich geschmissen hast, die war jetzt aus aus Ihnen. Nee, die war aber gerade am Ende. Ich bombe ja nicht immer, ich weiß nicht, was da los ist. Wenn ich dich jetzt nochmal begegne und du schießt auf diese Bombe, ich sag's dir. Ich, als kleiner, armer Kryo. Ja, du bist selbst in einem nahen liegenden Bombenradius. Weiß, 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 weiß du, weiß du. Ein Raptor hält wenigstens noch den Radius zur Hälfte aus. Ich bin bald tot. Ich kämpfe mich hier durch die ganze Trapper-Verein, Alter. Das wird echt neutral. Es sind vielleicht voll viele Trapper unterwegs. Ja, das ist schon für mich schlimm genug. Ich bin jetzt ab und durch. Ich bin jetzt auch gerade nicht besser. Ich liebe dich! Springtrap, ehrlich, wir sind hier ein Match. Weißt du was? Ich geh jetzt machen mal als Großer. Bis ich sterbe, dann wäre es gut. So! Hier ist irgendwo jetzt ein Schlepper abgehauen mit einem Ei. Ja, scheiße. Tschüss. Jetzt kommt das Spiel umgedreht. Ja. Jetzt frag ich mich, wie das sein wird. Funktioniert der Magnet immer nur. Ich habe gerade ein Ei geklaut. Krittag! Ja, was ist denn ein Ei geklaut? Die geht jetzt gerade rein. Ich stehe jetzt gerade vorbei. Das ist ein Schlepper gewesen. Ja. Ich habe auch keine Ausdauer mehr gehabt. Weißt du, die schießen alle da drin. Wahrscheinlich alle bis auf ich. Ich kann wenigstens noch mit einem Großen alleine überleben. Wenn ich mein Glück habe. Oh! Du hast mich gerettet. Alter, krass. 54 live. So. Ja, ihr habt nicht auch alle auf Kretter geguckt. Nicht von hinten gemerkt, dass ein T-Rex kam. Jetzt. Ich dachte, jetzt werde ich jetzt weiter so machen. Bin ich gleich tot. Die waren zu blöd, mich gerade zu töten. Die fingen alle auf mich rum zu messern und uns zu schießen. Und irgendwie haben die mich nicht tot gekriegt. Ich glaube, bei mir ist einer vorbeigelaufen. Ich habe es nicht gesehen. Ja, ich habe es jetzt. Da läuft ein Spender. Hast du was geklaut? Ich kann es vergessen, Alter. Was ist denn hier alles unterwegs auf mich? Mira, du hast es geklaut. Du hast es geklaut. Ich bin ein Pole. Aber überhaupt, wie lange überlebe ich denn noch? Ich bin schon längst mit dem Tod. Ja, bitte schön. Wer so schreit nach dem Tod, der darf gleich sterben. Alter, das waren doch drei oder vier Stück. Und hast du schon unterwegs? Ich dachte mir so, hallo, wie lange überlebe ich noch? Mir geht es manchmal auch so. Da denke ich auch so, mein Gott, ein Drex, ein Raptor und vielleicht noch ein Harross. Tötet mich endlich! Das habe ich mir gedacht in dem Moment. Ich so, das kann doch wohl nicht wahr sein. Ich glaube, warum Punkte von dem Modus sich ändern? Frag mich nicht. Aber ich glaube, der Modus ist eh noch nicht ganz fertig. Der ist nicht ranked, denke ich mir. Ich glaube, ich glaube, wir brauchen mal über sich, wo die verfluchten Menschen sind. Ey, Leute, hallo, kommt doch mal raus. Oh Gott! Renn um dein Leben! Renn um dein Leben! Oh, mein Leben hat funktioniert, Alter. Puh! Alter, jetzt schießen die doch schon! Alter, jetzt hör auf! Ich bin der Einzige, der irgendwie so reinläuft und ausläuft, ne? So kurz bevor. Ich laufe rein und dann laufe ich sofort raus. Oh Gott, da ist dann jemand. Hilfe! Ich bin ja noch der Einzige, den man wahrscheinlich normal töten kann, oder? Und wie sind die anderen drauf? Ich weiß ja nicht, was die anderen alle machen. Ich sehe zwei. Ne, einer. Und die anderen sind in der Nähe. Drei. Ein anderer versucht noch. Oh Gott, nein. Scheiß Bino. Ne. Oh Gott! Was macht der Spino, Alter? Hau ab von mir! Oh Gott, da ist noch ein Wax. So, weg mit dir. Weil ich fress' euch alle weg. Jetzt hab ich die schon raus. Du hast wenigstens einen anderen gekillt, der wenigstens solch eine Scheiße gemacht hat. Oh, der Sniper. Muss er nochmal von hier drin schießen, hm? Gut. Mich hast du wenigstens rausgelassen. Ich bin nirgends und nirgends und nirgends. Ich bin der Ninja-Normans. Mich und Fruzzi. Oh Gott, da ist ein Rex. Von wegen Ninja. Ich bin Ninja. Ich überlebe. Oh Gott, ein Millisekunde. Du hättest mich ja fast bekommen. Oh Gott, was mach ich denn da für eine Scheiße? Ja, ich sag mal schießen, wenn du gleich hier während du rausgehst, das ist noch erlaubt. Ja, das nutzen die dann aus. Die gehen dann rein, 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 raus. Ich war noch drin ausgesehen. Das war einfach nur meine Reaktion gerade. Was ist denn hier los, Alter? Kommt der Ansturm der fliegenden Truppen. Hör doch, töte diesen Idioten. Wer meinst du? Da hat er eingeklaut, dieser Scheiße-Unki. Ach so, ja, ach scheiße. Ach du Heilige, mach ich einen Kuschelkuss mit alleine. Ach, er ist tot. Eier, scheiße. Zwei Rexe nebeneinander, da kannst du echt überlegen. Zwei Rexe nebeneinander. Ich wollte doch schon wieder dahinter gehen. Ja, die sind halt Idioten, die vier Stück. Ich bin derjenige, der einfach rausläuft. Mit Dino-Furry ist auch noch ein guter. Die anderen schießen drin. Wir sind alle froh, weil sie jetzt die ganze Zeit da drin schießen. Das ist nicht gut. Och, das bedeutet, ich habe gar keine Chance. Ja, er läuft und läuft und läuft. Ich habe den einen Typen da gelassen, Alter. Uh. Jetzt habe ich Controller-Probleme. Nein, jetzt hör auf. Ich meine, was ist denn da los? Alter, das kann doch nicht wahr sein, ey. Läuft er nach links, da läuft er nach rechts. Die laufen alle an die eine Stelle, ne? Das macht nicht. Ach nee. Wir stehen alle irgendwie nur da, kommt mir jedes Mal vor. Ich stehe immer so da, da sehe ich vier, fünf Leute erst mal da stehen. Dann habe ich meinen, den Brauob sah, den immer noch nicht mehr rausgeholt. Das habe ich schon auf den Kopf. Ich sehe so weniger überhaupt irgendwie rauslaufen. Ja, die chillen nicht raus. Ja, das ist dann auch so schwieriger, Eier zu sammeln, weil dann alle noch da chillen. Ein Ei zu sammeln ist dann total schwierig, Alter. Oh Gott, ich dachte, der Mensch wäre ein Dino, Alter. Oh Gott. Hier ist halt durchgehend alles nur groß. Ja, warum wohl? Weil wir sind von da drin schießen. Ja, ich sag ja, ich habe ja keinen Grund. Ich bin der Einzige normal. Jetzt hört doch einmal auf, YouTube. Ich schmeiße gleich hier alle. Hier, Alter, ich kämpfe für die Dinos, Alter. Ihr Nebs lernt erst mal zu spielen. So, endlich laufen sie raus. Ich habe sie angeschossen. Jetzt sind sie rausgelaufen. Ach, Bombe, einmal in die Menge. Wenn sie nicht rausgehen, fertig. Ja, das kann ich ja nicht. Mir hat ja keiner dem mitfiehen gegeben. Du musst immer da reinbeißen, dass die mal aufhören, ey. Das ist ein Wunder, dass die Rechse durchgehend da reinbeißen. Die schießen da drin. Oh Gott, da kommt ein Rechse. Oh Gott. Ich habe schon lange nichts mehr von Kretter gesehen. Also, der Maginett scheint in der Richtung nicht zu funktionieren. Der funktioniert in einer Richtung. Noch ein Rechse. Ja, die gehen alle groß, weil die von da drin schießen. Da hast du ja als Raptor gar keine Chance mehr. Das ist ekelhaft, wenn die da treiben. So, rest in Pizza. Jetzt habe ich es geschrieben, Alter. Ja, Geronimo, ich lauf hier rum und keiner kann mich finden. Keiner kann mich finden, habe ich gesagt. Keiner kann mich finden. Oh Gott, was ist mit dem Tod, Alter. Was ist hier, Alter? Ich bin hier in meinem Tod, Alter. Im Verlärm. Und, Schatz. Von der Funpoint. Ja, ich lauf mich doch noch ab, du Ruhe so, ey. Ich war irgendwie einer der Einzelnen, der irgendwie noch entspannte Musik dabei hört und Menschen. Oh, ey, jetzt fang ich die fucks nochmal weg. Der ist wieder, der Rixal, ja. Und da ist noch ein Raptor-Scheise schon wieder. Die schlimmste Kombo. Ja, ich bin im Chat und die knallen auf mich und ich denke mir so, ey. Ah, die Kriterien muss mal weg, die kommt danach. Diesmal weg, ich dachte schon, warum ist Kriterien? Ich bin jetzt angewidert, langsam, ey. Oh Gott, nein. Diese. Das war kein... Das ist alles das auch, Alter. Ich bin in die andere Richtung, mein Körper sagt. Nein, du gehst in die andere. Hast du gerade dieses Foot-Glitschen gemacht? Ja, ich habe einen Foot-Glitsch, aber dagegen kann man nichts machen. Ja, ich habe ihn gerade erst zum ersten Mal gesehen, deswegen war ich so erstaunt. Ich so, what? Das sieht sehr aus, wie wir surfen in der ersten Generation. Das ist was, also Fnie, Junge. Wird Miro es schaffen. Wird er es schaffen, das Ei, der Eier nach Hause zu tragen. So, durchgeschmuggelt. Ja, ich sah nichts. Ja, das ist auch gut so. Ich habe schon Ewigkeiten kein Ei mehr gesammelt, weil alle noch groß sind, aber das ist ja verständlich. Ich kann nicht klein sein, weil du da noch immer schießen. Ich weiß, ich sage ja noch. Das wäre, das wäre gern klein. Ich weiß, ich habe doch gesagt, dass ich, deswegen bin ich glücklich, dass du überhaupt ein Ei gesammelt hast. Ich habe dich zum Glück nicht gesehen, kannst du sagen. Ich weiß. Ich dachte mir, dass du auch an dem Punkt mich nicht sehen kannst. Weil ich gerade an der Ecke so komisch war. Vor allen Dingen, geschweige denn, dass ein T-Rex so gelenkig ist. Du hättest mich ja nur überrannt, also. Alter, der E-Rex steht aber auch nur da drüben. Was ist denn da los, Alter? Hä, was ist denn da vom Spawnpoint, Alter? Nee, Aua. Kretak, Aua. Ja, war kurz weg. Ja, ich weiß, habe ich gesehen. Und haben sie sich als hier genommen? Oder benimmt sich immer wie die Schweine? Jetzt, wo Kretak da ist, muss ich sagen, ich habe Kretak voll vermisst. Hört nicht. Jetzt kommt wieder der Tupor von oben. Oder Tera? Tupor? Ich werde sie nie unterscheiden. Ich bewache die, ne? Kretak ist für mich ein Quetzner. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao. Okay, ciao. Idioten.